Kapitel 7 Wer unfähig ist, zu vergeben, ist auch unfähig, zu lieben. Martin Luther King Severus? Der Tränkemeister schreckte auf. Draußen war es inzwischen tiefe Nacht. Poppy stand in einem Morgenmantel im Raum. Harry schlief noch immer und schien in nächster Zeit nicht aufzuwachen. Du solltest wirklich etwas schlafen. Wenn Harry wach wird, dann schlägt der Alarmzauber an. Leg dich doch da drüben in das Bett, sagte die Heilerin sichtlich besorgt. Severus rieb sich die Augen und schüttelte den Kopf. Nein, ich könnte nicht schlafen. Ich muss etwas an die frische Luft. Meinst du, er wird weiterhin schlafen? fragte er matt. Ja, sicher. Aber ich kann den Alarmzauber auf dich erweitern. Dann spürst du es, sollte er erwachen. sagte Poppy. Ja, danke, mach das. Ich, ich bin bald wieder da. Sagte Severus, sei ein letztes Mal zu Harry, griff seinen Mantel und verließ den kranken Flügel. Madame Pomfrey sah ihm nach, dann trat sie an das Bett des Jungen und strich ihm sanft über den Kopf. Ihr schafft das, flüsterte sie. Dann machte sie die Nachttischlampe aus und ging aus dem Raum. Nein, Severus lief durch die stillen Gänge der Schule. Er stieg die Treppe hinauf und stand bald vor der Tür, die auf den Astronomie-Turm führte. Er streckte zögernd die Hand aus und öffnete diese. Kalter Wind schlug ihm entgegen, als er auf die Plattform trat. Der Schneefall hatte nun aufgehört und Sterne funkelten am klaren Himmel. Severus ging zur Brüstung. Man konnte auch jetzt noch sehen, wo Harry gestanden haben musste. Auf einem Teil der Balustrade lag weniger Schnee als auf dem Rest. Severus strich kurz über die Stelle und atmete tief ein, als er Schritte hinter sich hörte. Erschrocken drehte er sich um. Arges Filz stand dort mit einer Laterne in der Hand. Ach, sieh! knurrte der Mann und wandte sich schon wieder zum Gehen, als er Severus Stimme hörte. Nein, warten Sie! rief er und der Hausmeister drehte sich wieder zu ihm. Severus ging nun auf ihn zu und sah deutlich, dass der Mann vor ihm vor Wut kochte. Ich... Ich wollte ihn danken für das, was sie für meinen... für Harry getan haben. Sagt er dann seltsam schwach. Filz betrachtete ihn von oben bis unten. Glauben Sie nicht, dass ich es für Sie getan habe, nur damit Sie sich jetzt nicht vorwerfen müssen, den Jungen in den Tod getrieben zu haben. Ich habe das für Harry getan, damit er vielleicht noch eine Chance hat, ein glückliches Kind zu werden. Bitte! Und er braucht Severus den Hausmeister nun, aber dieser schüttelte den Kopf. Nein! Sie hören sich das jetzt bis zum Ende an! Sagt er und ging näher, was Severus dazu veranlasste, etwas zurückzuweichen. Sie haben ihren eigenen Sohn im Stich gelassen. Sie haben ihn ignoriert, verhöhnt und vernachlässigt. Sie haben ihm über Jahre keinerlei Zuneigung gezeigt und versuchen, sie es nicht zu leugnen. Ich weiß es auch ohne, dass Harry es aussprechen musste. Sie haben ihn aber vor allem nicht beschützt. Beschützt vor den Schülern, die ihn mobbten und ausgrenzten, weil er ihr Sohn ist. Sie haben ihn auch nur in Erwägung gezogen, dass er ihre Hilfe braucht. Warum auch? Sie lieben ihn nicht und haben es nie getan. Und was wollen sie jetzt? Mitleid, weil ihre eigene Kindheit und Jugend verkorkst war? Verständnis, weil Lily Potter sie verließ? Haben sie je Mitleid oder Verständnis für Harry gehabt? Nein, denn sonst hätte ihr elfjähriger Sohn nicht heute Morgen hier auf dieser beschissenen Brüstung gestanden, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Phil's Stimme zitterte vor Wut. Und doch war er mehr als überrascht, als er die Tränen sah, die Severus' Wagen hinabliefen. Ich, sie haben recht, sagte dieser mit brüchiger Stimme. Es ist allein meine Schuld, dass er, dass er hier oben stand. Ich hätte ihn beschützen müssen und das nicht erst, seit wir hier in Hogwarts sind. Ich habe so lange versucht. Ich wollte doch, dass er glücklich ist, dass er es besser hat als ich, aber am Ende habe ich versagt. Ich bin der Vater geworden, der ich nie sein wollte. Und es war immer meine größte Angst, so zu werden wie wie meiner Zeuger. Aber mit einer Sache haben sie Unrecht, sagte der Tränkemeister nun und sah auf. Fragen sah Phil's schienen an. Ich liebe Harry und habe es immer getan. Warum glaube ich Ihnen das nicht? Fragte Phil's schnur. Das müssen Sie nicht, aber es ist die Wahrheit und ich würde jedes Veritaserum in dieser Schule schlucken, um es zu beweisen, sagte Severus nun mit fester Stimme. Eine Zeit blieb es still zwischen den beiden Männern. Nur der Wind, der durch die Lücken der Sandsteine pfiff, machte ein Geräusch. Haben Sie mir das je gesagt? Haben Sie ihn je in den Arm genommen und gesagt, ich liebe dich? Fragte Phil's. Und zum ersten Mal war seine Stimme nicht voller Wut, sondern es klang Resignation daraus. Severus sah ihn an, blieb aber stumm. Ja, das dachte ich mir, sagte Phil's, griff wieder nach der Laterne, die er auf dem Boden abgestellt hatte und wandte sich ab. Aber bevor er den Turm verließ, drehte er sich noch einmal zu dem Tränkemeister. Meine Großmutter sagte immer, wer unfähig ist zu vergeben, ist auch unfähig zu lieben. Vielleicht denken Sie einmal darüber nach, sagte er und ließ den Mann dann alleine. Severus sah ihm nach. Er kannte Phil schon, seit er hier zur Schule ging. Nie hatte er den strengen Hausmeister wirklich wahrgenommen, nie auf jeden Fall als Menschen, der offenbar sehr einfühlsam war. Die Worte des Mannes hatten ihn tief getroffen, denn sie waren wahrer, als Severus sich eingestehen konnte. Ein letztes Mal sah er noch zur Brüstung, dann wandte er sich ab und ging wieder ins Innere des Schlosses. Mom? Als Draco am nächsten Morgen beim Frühstück saß, spürte er noch immer die Anspannung seiner Eltern. Am gestrigen Tag hatten sie ihm nicht genau gesagt, was los war und warum Severus so schnell abgereist war. Nur, dass es Harry wohl nicht gut ging. Es musste wirklich schlimm sein, so wie Lucius reagiert hatte. Und doch wollte keiner seiner Eltern genau sagen, was passiert war. Ja, mein Schatz? Fragte Narcissa und lächelte Matt. Was ist denn nun gestern passiert? Ihr seid so komisch. Was ist denn mit Harry? Geht es ihm gut? Fragte Draco nun flehend. Narcissa sah sorgenvoll zu ihrem Mann, der seufend seine Kaffeetasse abstellte und um den Tisch lief und sich neben Draco setzte. Sie sah sehr ängstlich zu seinem Vater. Draco, dir ist doch sicher aufgefallen, dass es Harry in der Schule schwer hat, oder? Fragte Lucius. Ja, also er hat keine Freunde und ich glaube, die anderen ärgern ihn. Aber Onkel Seth, Onkel Seth ist auch gemein zu ihm. Erschrocken hielt sich Draco die Hand vor den Mund, aber Lucius zog sie sanft weg. Schon gut, du hast ja recht. Weißt du, dein Onkel Sarris, er kann seine Gefühle nur schwer zeigen und er hat Harry sehr unrecht getan. Auch wir wussten das lange nicht. Aber du hast recht. Die anderen Schüler haben Harry übel mitgespielt und Sarris hat ihm sehr wehgetan und das über eine lange Zeit. Hat er ihn geschlagen? Wollte Draco entsetzt wissen, aber Lucius schüttelte sofort den Kopf. Nein, das würde er nicht tun. Aber man kann Menschen auch auf andere Weise wehtun. Weil er ihn hier nicht mit hergenommen hat und so? Fragte Draco. Ja, zum Beispiel. Offenbar hat hat er ihn auch nie so richtig in den Arm genommen oder ihn getröstet, wenn er traurig war. Aber, aber warum denn? Er hat vorgestern am Abend gesagt, dass er Harry mag, aber wenn das so ist, warum hat er das dann alles nie gemacht? Fragte Draco weiter. Schatz, das ist schwer zu verstehen und wir können es dir auch nicht wirklich erklären. Das kann nur Sarris, sagt Narcissa sanft. Draco nickte und sah wieder zu seinem Vater. Aber, aber was ist denn jetzt mit Harry? Warum hat er, warum hast du gestern geweint? Wollte er wissen. Lucius atmete tief durch. Weißt du, Draco, ein Mensch erträgt Seelenschmerz nur bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann wird die Traurigkeit, die Angst und Verzweiflung einfach zu viel, um es noch auszuhalten. Ich kann dir nicht sagen, was Harry dazu bewogen hat, was der letzte Auslöser war, aber, aber er hat gestern früh versucht. Er hat versucht, sich umzubringen. Schluss Lucius und seine Stimme zitterte. Draco sah seinen Vater fassungslos an und dann zu seiner Mutter. Aber, aber Mom, er lebt doch, oder? Stotterte und Tränen sammelten sich in den stummgrauen Augen. Sofort zog Narcissa den Jungen in die Arme und strich ihm über den Rücken. Ja, Draco, keine Sorge, er lebt und wird gesund. Er wurde rechtzeitig gefunden, sagte sie. Was? Was hat er gemacht? Wollte Draco zitternd wissen. Schatz, das ist doch, nein, ich will es wissen, sagte Draco ernst und sah zu seinem Vater. Dieser seufzte. Er wollte vom Astronomieturm springen. Es wäre nichts passiert, da ein Zauber einen Fall oder Sprung verhindert, aber das wusste Harry nicht. Euer Hausmeister hat ihn rechtzeitig gefunden und gerettet, sagte er. Filch? Ich glaube, er und Harry sind irgendwie befreundet. Ich habe sie zusammen draußen am See sitzen sehen. Hätte ich nie gedacht, sagte Draco nachdenklich. Ja, manchmal lohnt sich ein Blick hinter die Fassade eines Menschen. Aber Draco, ich möchte, dass du mir jetzt gut zuhörst, sagte Lucius. kniete sich vor den Stuhl seines Sohnes und legte ihm beide Hände auf die Oberschenkel. Draco nickte. Und wann immer es dir schlecht geht, wann immer du Sorgen hast oder das Gefühl zu verzweifeln, dann sprich mit uns. Wir werden immer da sein, immer einen Ausweg finden. Wir werden dir nie böse sein. Verstehst du? Draco nickte wieder. Ja, aber Harry hat niemanden so wie euch, sagte er matt. Nein, vielleicht nicht. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch noch jemanden finden könnte, oder? Fragte Narcissa. Ich wollte eigentlich ganz gerne mit ihm befreundet sein, aber Mom, bin ich auch schuld, dass er also Nein, nein, auf keinen Fall, Schatz. Ich kenne dich. Du hast vielleicht nicht unbedingt versucht, dich mit ihm anzufreunden, aber ich weiß auch, dass du ihm nie wehgetan hast. Das stimmt doch, oder? Nein, habe ich nicht. Aber sind wir nicht alle irgendwie schuld, dass es ihm so schlecht geht? Du hast sicher irgendwie recht, aber weder Harry noch dir hilft es jetzt, wenn man nach der Schuld sucht. Wichtig ist, dass ihr lernt, dass Mobbing und Ausgrenzung einen Menschen wirklich krank machen können. sagte Lucius jetzt eindringlich. Draco nickte und schwieg eine Weile. Narcissa sah ihren Mann besorgt an. Kann, kann Harry nicht hier wohnen? fragte der Junge dann und die Erwachsenen sah ihn überrascht an. Na also, wenn Onkel Seth kein guter Vater sein kann, kann Harry dann nicht bei uns wohnen? Ich wäre sicher ein guter Bruder und ihr seid doch tolle Eltern, sagte Draco und strahlte. Narcissa legte ihrem Sohn lächelnd eine Hand auf die Wange. Ja, du wärst ein toller Bruder und ich sag dir was. Wenn Cerys es wirklich nicht hinbekommt und wenn Harry es auch will, ja, ja, dann kann er bei uns wohnen, sagte sie und sah sorgenvoll zu Lucius, welcher aber zustimmend nickte. Auch er hatte schon darüber nachgedacht, wie sie Harry und auch Cerys helfen konnten. Nach allem, was er bisher wusste, würde es für beide schwer werden, eine einigermaßen normale Beziehung aufzubauen. Aber Lucius glaubte daran, dass Cerys es schaffen konnte. Trotzdem wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Harry in den Sommerferien erst einmal bei ihnen wohnen würde. Das ist toll und also darf ich jetzt den Besen ausprobieren? fragte Draco nun aufgeregt und Lucius war froh, dass die Schwermut seinen Sohn nicht vollkommen eingenommen hatte. Sicher, aber nicht zu hoch und zieh dir was Warmes an, sagte Narcissa. Sofort sprang Draco auf und lief zur Tür des Esszimmers. Draco? rief sein Vater und der Junge drehte sich zu ihm. Du weißt, dass wir dich sehr lieb haben, oder? Ja, Dad, ich euch auch, sagte Draco und rannte aus dem Raum. Cerys erwachte ruckartig. Irgendwann musste er doch eingeschlafen sein. Er lag jetzt auf dem zweiten Bett im Zimmer seines Sohnes, konnte sich aber nicht erinnern, wie er hierher gekommen war. Stöhnend setzte er sich auf und sah zu Harry. Dieser lag noch genau wie am Tag zuvor im Bett und schlief. Ah, und du bist wach? Poppy kam in den Raum und hatte eine Tasse in der Hand. Hier, Kaffee. Wenn du etwas essen möchtest, dann kann ich dir gerne etwas besorgen, sagte sie und reichte dem Tränkemeister die Tasse mit dem heißen Getränk. Dankbar nahm Cerys diese entgegen und setzte sich an den Rand des Bettes. Danke und nein, ich habe keinen Hunger. Wie spät ist es denn? Schon bald zehn Uhr, sagte Poppy sanft. Wie bin ich in das Bett gekommen? Das war ich. Du hast halb auf dem Stuhl und halb auf Harrys Bett gelegen, als ich in der Früh hierher kam. Da habe ich dich in das Bett schweben lassen. Danke dir. Wie geht es ihm? Wollte Service dann wissen, stand auf und trat zu Harry ans Bett. Unverändert, er ist stabil und... Lass ihm Zeit, er wird bald aufwachen. Übrigens soll ich dir sagen, dass du bitte zu Albus kommen sollst, sobald du wach bist. sagte Poppy dann etwas verlegen. Service seufzte. Ich will Harry ungern alleine lassen, sagte er. Er ist nicht alleine. Service fuhr herum. Arges Füll stand in der Tür. Seine Katze, Mrs. Norris, lief leichtfüßig in den Raum, sprang auf Harrys Bett und legte sich neben den Jungen. Der Hausmeister ging nun näher und setzte sich, ohne Service weiter zu beachten, auf den Stuhl, der neben dem Bett stand. Oh, okay, also dann danke, sagte der Tränkemeister und sah zu Poppy, die lächelnd nickte. Er blickte ein letztes Mal zu Filch, dann verließ er die Krankenstation und lief hinauf zu Dumbledores Büro. Nachdem er das Passwort gesagt hatte, gaben die steilenden Wasserspeier die Treppe frei und Service stieg hinauf zum Büro. Er klopfte, er die hölzerne Tür öffnete. Severus, sehr schön, komm doch bitte rein, bat der Direktor und wies nicht wie sonst auf einen der zwei Stühle, die vor dem ausladenden Schreibtisch thronten, sondern auf einen der beiden Sessel, die vor dem großen Kamin standen. Zögern setzte sich der Lehrer und auch Dumbledore nahm Platz. Wie üblich reichte er Severus eine Schale mit Zitronenbonbons, aber der andere lehnte ab. Also, wie fühlst du dich? Hast du geschlafen? Wollte der Direktor nun wissen. Ein wenig und es geht so. Harry ist noch immer nicht aufgewacht, ich mache mir wirklich Sorgen. Sagt es Harris matt. Elvis nickte. Ja, das glaube ich dir. Ich hoffe, du konntest ein wenig deine Gedanken ordnen, sagte er. Ja, ich denke schon. Argus hat mir einen ordentlichen Einlauf verpasst. Kommt zu glauben, ob er scheint ein sehr viel engeres Verhältnis zu Harry zu haben als ich. Nun, das ist wohl nicht so schwer, denke ich, oder? In der Stimme des Mannes glaubte Harris, einen Anflug von Wut herauszuhören. Ja, wohl nicht, sagte er daher schuldbewusst. Severus, ich möchte ehrlich mit dir sein, aber das, was ich gestern erfahren musste, hat mich tief erschüttert. Du hast zum einen das systematische Mobbing durch die anderen Schüler, was ich keinesfalls tolerieren werde, aber viel schlimmer daran ist, dass du diesem Mobbing Tor und Tür geöffnet hast. Natürlich unbewusst, aber doch unentschuldbar. Hätte Harry in dir jemanden gesehen, dem er vertraut, dann wäre es nie so weit gekommen. Aber er scheint unter deiner Obhut vor allem gelernt zu haben, dass man bei Erwachsenen keine Hilfe, keinen Zuspruch findet, denn sonst hätte er sich vielleicht Minerva oder einem anderen Lehrer anvertraut. Er kam nach Hogwarts in der Hoffnung, wenigstens unter den anderen Kindern so etwas wie Freunde und Vertraute zu finden und wieder wurde er enttäuscht. Am Ende ist es doch erstaunlich, dass ausgerechnet Argus einen Zugang zu ihm fand. Was wäre gewesen, wenn dies nicht geschehen wäre? Was, wenn Argus kein schlechtes Gefühl gehabt und Harry gesucht hätte? Er wäre gesprungen, da bin ich sicher, und auch wenn der Zauber ihn zurück auf die Plattform geworfen hätte, was hätte es mit dem Kind gemacht? Wann wäre er gefunden worden? Sicher, wir alle haben uns in gewisser Weise mitschuldig gemacht, aber du, Cerberus, du trägst die Hauptlast neben mir. Verwirrter Cerberus nun auf. Die Worte des Direktors trafen ihn tief. Aber warum sah dieser die Schuld auch bei sich? Ich hätte sehen und spüren müssen, dass du mit Harry nicht umgehen konntest. Spätestens, als du vor zwei Jahren herkamst und ihn von vielem fernhielst. Ich dachte damals, es sei, weil du ihn um jeden Preis schützen wolltest, aber nun, Cerberus, ich bot dir damals Hilfe an. Du hättest kommen können. Ich flehte sie doch an ihn zu nehmen, rief Cerberus mit Tränen der Verzweiflung in den Augen. Sie lehnten ab. Ich wusste, dass ich es nicht konnte. Und es lag nicht an Lily oder James, es lag an mir. Ich hatte nie einen Vater, der mich liebte. Ich wusste nicht, wie man einer war. Als Lily schwanger wurde, da hatte ich mehr Angst als je zuvor. Aber mit ihr an meiner Seite hätte ich es geschafft, aber ohne sie. Meine Mutter liebte mich, war aber so in ihren Depressionen gefangen, dass sie mir irgendwann nicht mehr beistehen konnte. Und mein Vater, der mich schlug, beschimpfte, er einredete, dass aus mir nie was werden würde, mir die Schuld am... Cerberus brach ab. Er atmete schwer, die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz. er gab dir die Schuld am Tod deiner Mutter und dasselbe hast du mit Harry getan. Nicht wahr? Elvis' Stimme war nun wieder sanft. Cerberus sah auf und schloss die Augen. Ich wollte das doch nie, ich wollte... schluchzte er. Ich glaube dir. Und doch müssen wir über etwas sehr Wichtiges sprechen, sagte Dumbledore nun. Cerberus nickte verhalten. Was geschehen ist, kann ich nicht verheimlichen. Ich muss es dem Ministerium melden, denn spätestens, wenn die Lehrer nach den Ferien das Thema mit ihren Schülern aufarbeiten, wird es publik. Du weißt, wie viele Kinder von Ministeriums Angestellten hier zur Schule gehen. Ja, ich verstehe, sagte Cerberus. Ich weiß nicht, ob du wirklich verstehst, was das bedeutet, Cerberus, sagte Elvis ernst und der Tränkemeister schluckte schwer. Du solltest dich damit auseinandersetzen, dass das Ministerium eventuell entscheidet, dass Harry bei dir nicht mehr gut aufgehoben ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich zum jetzigen Zeitpunkt derselben Meinung, sagte Elvis und man spürte, wie sehr er um Worte rang. Cerberus fühlte wieder den Knoten im Magen. Seine Hände zitterten etwas, was sie sonst nie taten. Er hielt sie überfordert fest. Was? Was wollen sie mir sagen, dass... Dass sie mir eventuell meinen... Dass sie mir Harry wegnehmen könnten? Ja, Cerberus, diese Möglichkeit besteht durchaus, so leid es mir tut. Schloss Dumbledore. Dumbledore.